Man muss auch Entscheidungen treffen, die halt für jeden erschwinglich sind und ich sag mal so, wenn man jetzt sich überlegt, dass man halt, ja wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, dass man halt dann, dass man dann halt, ähm, voll Schnauze bekommt, weißt du, wie, du weißt, wie es meiner, BAMS, und, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier das Feld mache, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie weit es jetzt hier geht, äh, okay, weißt du, und dann dachte ich mir immer so, das hat alles seinen ziemlichen Grund, was unsere Politiker machen so, und dann denkst du dir so, ähm, eigentlich nicht, weil du ja vernünftig leben möchtest, und wenn du leben möchtest, dann sagst du dir, ja, boah, voll weggeklappt hier, hui, boah, so, haben wir alles weggekloppt, komm mal, gleich wieder hier, boah, ist gleich voll, meine, du Bruder, und deshalb denke ich mal, das ist, ja, man muss halt sich, wenn ich immer so eine Bahn sehe, wie viel manche Leute gemobbt wird, und keiner sagt, und keiner sagt was, wo ich mir dann denke, warum nicht, warum macht ihr das nicht, warum hilft ihr den Leuten nicht, dann denke ich mir immer so, Mensch, wir sind übrigens alle egoistisch mit uns selbst beschäftigt, aber eigentlich, wir brauchen uns doch alle irgendwie ein bisschen, oder? Sehe ich das vielleicht falsch? Ich weiß es nicht, Leute, ganz ehrlich, und das macht mich wiederum so, ich sag eigentlich, ich bin so traurig, weißt du, wenn alles so, nicht egoistisch, sondern dieser Konsumverhalten, also dieses ständig konsumieren, ständig das haben, was andere nicht haben, und ständig immer, ich hab's neueste, ich hab's neueste iPhone, guck mal her, oh, ich hab's als iPhone XS Max für 3000 Euro, übertrieben jetzt gesagt, dann verstehe ich nicht, dass andere Eltern halt dann sagen, hier, du brauchst kein Handy jetzt, ich kann das vollkommen nicht nachvollziehen, aber es ist auch eine übelste Ausgrenzung, ja, und man ist dann also gezwungen, ja, das Handy den Sohn einmal zu kaufen, weil alle anderen haben's ja auch, und dann stelle ich mir die Frage, ähm, dann stelle ich mir die, dann stelle ich mir die Frage, ähm, wieso brauchst du genau das, was die anderen auch haben, die anderen Kinder, dann kann ich, kommt die Antwort, Steinsalz, und dann kommt die Antwort, ähm, dann kommt die Antwort, ähm, ja, aber andere haben's ja auch, und genau das ist das Problem, weil immer die mithalten, immer das mithalten, es ist immer so extrem, und immer das Rumgemeckere, und darum geheule, und dann wird's mit dem Mindestlohn, ist genau so eine Sache, ich muss dir mir vorstellen, oh, ich schiff's wie Sau, ich muss dir vorstellen, ähm, dass halt alles im Leben, halt, das brauch ich, dass halt alles im Leben, verdammt, viel, Kohle, kostet, und da kann man auch nicht mal sagen, hier, pass auf, oh, oh, da kann man auch nicht mal sagen, hier, pass auf, oder mal, wir werden mal hier oben, das wird doch meine, das wird doch bestimmt, so, oh, äh, oh, Alter, das hat übelst viel weggekloppt, mit einmal, also, Alter, wieso, Alter, was ist hier nur los, sag dir mal, oh, ne, ich hab das gerade gemacht, ey, was ist denn das für eine Scheiße hier, oh, nee, hier, es geht mir doch auf den Zünder hier, halt, die Schnauze, ey, Alter, hat alles mir gekloppt, der Scheiß Golem, ey, das verstehe ich nicht, warum greifen die denn, ich muss mir was, ich muss das Haus fertig bei Leute erstmal, das ist wichtiger, aber der macht das jetzt nicht weiter, oder, anscheinend, brauchen wir jetzt ein Problem, ich hab jetzt mehrere Probleme, ich werde gleich mal die Tiere ausstellen, erstmal, aber das ist halt dann wieder, ungerecht, mal, das machen wir hier so, jetzt fange ich hier an zu reparieren, und jetzt brauche ich ja die Tür, lassen wir mal kurz auf, so, wie war das jetzt hier, so, da war das so, das können wir rauskloppen, das gehört hier nicht mehr hin, ähm, ja, wo waren die Türen jetzt, die Türen waren, wo war das, hab ich nur ein, nochmal, hab ich nur einen Eingang von vorne, ich glaube schon, wo war das jetzt hier, genau, und dann hab ich, ein Vierer gemacht, ja, das ist eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, okay, das haut hin, genau, dann haut das wieder hin, dann hab ich hier drüben, äh, was hab ich denn da gemacht, wozu gemeiert, ich weiß jetzt auch nicht, ist egal, jetzt, so, da hab ich jetzt, hier müsste ich dann auch ein Dreier gemacht haben, und dann hier, und dann, und dann da, genau, das ist dann die Tür, das ist das Fenster, genau, ja, und jetzt, eins, zwei, drei, hab ich das jetzt auch gemacht, ich, weiß es jetzt auch nicht, ich würde sagen, hier, zack, zack, was für eine Scheiße, Alter, das geht mir recht auf den Zünder her, so, dann hab ich das jetzt hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, aber das haut da gar nicht hin, wenn ich dann raus, drei, 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 das wäre dann so, ne, das wäre dann so, mal, so wäre das doch dann, und dann wäre das hier so, äh, jetzt komme ich gerade nicht klar, das wäre jetzt drei, ja genau, dann müsste ich das hier rauskloppen, falsche Waffe, Werkzeug, leider wie gesagt, aber trotzdem, es ist halt einfach, mega, ja, es wird immer, hallo, wird immer schlimmer, wenn du so, wenn du so überlegst, so, was unsere Gesellschaft leisten tut, eins, zwei, drei, und es dank dir sowieso keiner, so, perfekt, ich weiß nicht, ob das jetzt so hinhaut, aber es müsste hinhauen, hier drüber habe ich es ja genauso gemacht, ja, okay, haut hin, ich habe glaube sowieso ein Problem mit dem Lager, ich würde erstmal alles dicht machen, ich weiß aber nicht, was ich für ein Deckel mache, ich habe ein Stone rein, ähm, wäre natürlich schön, ja, hat jetzt alles verbaut, oder mal, das brauche ich jetzt auch nicht mehr, ähm, wir brauchen Fenster, 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 oh, was ist denn, wo ist meine, Power, der will, hey, aber ich glaube, der macht das nicht weiter hier, ich weiß nicht, ob er das jetzt einsortiert, ja doch, ähm, Fenster, müssten, ich nehme mal lieber zwei Decks mit, zwei Decks müssten reichen, ich wollte eigentlich, jetzt habe ich das wieder repariert hier, schön, wie gesagt, es ist halt die Frage, juckt's, ähm, es ist halt die Frage, wo man halt Konsum beginnt, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viel Arme, Leute, es gibt in Deutschland, und es gibt in Deutschland genug Arme, es gibt ungefähr, ich glaube, so 10 Millionen Arme gibt's, das ist sehr viel von 80 Millionen in einem Monat, ist das sehr, sehr viel, wenn man dann überlegt, dass, dass viele Kinder davon betroffen wurden, die überhaupt nichts können, und wenn ich dann mal sehe, wie Leute am Armut hängen, die sich keine Tafel Schokolade kaufen können, für 65 Cent, dann denke ich mir so, ziemlich bitter, wie in der Marmen zum Beispiel, hab ich schon mal, ich sehe das so oft in Supermärkten, mit diesen Bildungsgutscheinen da, ne, nicht Bildunggutscheinen, wo halt Familien, ausgelacht werden, weil sie halt sich nichts, leisten können oder so, weißt du, dann stehen da nicht so viel da, und gucken sie doof an, und sagen, ja, ich finde dich, ich finde dich generell scheiße, ähm, weil du halt, nein, shit, weil du halt nicht genug, ähm, Dings hast, weißt du wie, und dann gehst du halt hin, und sagst dir, toll, vielen Dank für diese tolle Geste, und jetzt suche ich Brot, halt, hier ist es doch, jetzt werde ich mir noch Rucksack craften, das ist mir zu blöd, ich weiß nicht, wie ich den Rucksack mache, es tut mir leid, aber es ist egal, jetzt, wie ich, Vielen Dank.